Moin mal Leute, ich bin der Kumpus Brain oder einfach nur Yannick und Livestreamer. Ich weiß, ich weiß, es ist schockierend. Auch ich bin häufig live auf twitch.tv slash brain. Da bin tatsächlich auch nur ich live, weil das ist mein Kanal, da sind nicht andere Leute live, das bin nur ich und deswegen... Wir spielen heute ein Spiel namens Feed with Live. Da geht es drum, wie es sich so anfühlt, wenn man live ist und einen Livestream führt und ja, was da alles so passieren kann. Und das schauen wir uns heute mal zusammen an. Headphones are recommended. Kann ich das erstmal in Fullscreen packen? Oh, Traum. Feed with Live. Es sieht so ein bisschen aus wie Twitch. Info created by Varun Air. New game. Username Brain. Wie alt bin ich? Im Kopf 14. Ich muss 16 sein, um anzuf... Das war's mit dem Video. Ciao. Sagt nichts. Okay. Epic Jake cries on stream. Mental Breakdown. Aha. Kann man das nicht... Fail to load clip. Angel Ava at the gym. Ich glaub... Meine App ist kaputt. Gamma Gamer swatted. Mr. Johnson destroys Keyboard. Rage quit. Creepy man stalks kitty 360 during in real life stream. Gibt's hier auch irgendwas interessantes? 18 plus hitting the slot. Ähm... Addressing the drama. Oh. Viewer 598 gifted you a subscription to... Huh? Zu wem? Kann ich da irgendwie hin? Was auch mal das für ein Stream ist. Untitled Stream. Ach, das ist sogar der Stream. Okay. Moin. Hoffentlich kann er Deutsch. Oh, ist das laut. Aha. Tag. Oh. XPX ist dabei. Moin XPX. Moin Catherine. Äh... Keine Ahnung. Sieht wild aus. Looks like a live stream from the bathroom stall. Das ist doch Dr. Disrespect. Das ist der Two-Timer. Vier Zuschauer schon. Did anyone else randomly get gifted a sub? Äh, äh, yo. Same. Bruder. So what exactly are we looking at? Ein Klo. Das ist... Da ist eine Toilette. It's a bathroom stall with a toilet and a door and a drain. Moment. Kann ich jetzt aussuchen, was der tun soll? Oh mein Gott. Okay. Oh. Das ist wie so ein altes Computerspiel, wo man so über die Textbox irgendwie so ein Adventure erfährt. The lid is shut. Shit on lid. Okay, das macht er schon mal nicht. Perfekt, weil sonst wäre das Video hier auch nicht monetarisiert. Ähm... Äh, äh, äh... Open lid? Kann er das? Holy shit. Was ist da drin? Äh... Take item. Äh, screwdriver. Nimm mit. Nimm... Pack ihn dir. Geil. Hey! Base G, bedankt für die 10 Dollar, Mann. Voll nett. Vorne mein Donation-Ding ist übrigens auch in der... Ähm... Go to drain. Wir schrauben jetzt den Drain auf. Screw drain open with Screwdriver. Ja, Mann. Ja, Mann. Uh, kein Problem, dass das zu gescrewert ist. Okay. Take key. Boah, geil. Junge, das ist einfach wie Saw. Aber Saw für mich. Ist das toll. Go to door. Wir haben schon 83 Zuschauer. Heilige Scheiße, Mann. Ich bin in den nächsten Stream Awards. Oh mein Gott, 100 Zuschauer. Leute, was geht? Abonniert mich auf Twitch. Danke. Äh, open lock. Oh? Yo. Okay, wir sind draußen. 50 Dollar. Holy shit. Anime Lord. My man. Was geht ab? Ich liebe Ruffy. Was haben wir hier? I see another stall and a urinal. Äh, go to urinal. I think there's also something behind us. Halt die Klappe, Tristate. Wir gucken doch jetzt nicht hinter uns. Ach du Scheiße, was ist das denn jetzt? Das sind irgendwelche Sternzeichen. There's something written on the urinal. Lick urin... Nein. Clip the Screenshot. Was für ein Ehrenmann. Go to stall. Was für eine Granate. Wenn ich solche Leute in meinem Twitch-Chat hätte, warum kann man noch keine Screenshots in den Twitch... Obwohl. Ich glaube, es hätte große Probleme, wenn es Screenshots gäbe bei einem Twitch-Kanal. Kannst du davon auch einen Screenshot machen? Wäre mega lieb. Ja, da ist irgendwas draufgeschrieben. Kann einer... Tristate. My man. Boom. Okay. Go behind us? I don't know. Ich weiß nicht, ob der das so versteht. Can you turn around? Oh. Da ist nochmal was. Und da müssen wir gleich ein Code eingeben. Freunde, ich bin so drin, ne? I see a sink and a door. Geh erstmal zum Sink. Sink. Guck dir das an. Da haben wir jetzt nämlich nochmal ein Code. Boah, sag mir nicht, dass wir jetzt gleich die Sternzeichen in der richtigen Reihenfolge eingeben müssen. Catherine, kannst du ein Bild davon machen? Ey, Catherine. Kuss. Kuss, Katerina. Ähm. Go to door. Ich hab ein bisschen Angst, wenn wir zu lange, zu viel Zeit brauchen, dass wir einfach komplett hops gehen. Okay. Ähm. Das kann man echt scheiße erkennen, möchte ich sagen. That needs a code. Okay. Ja. Aber den können wir ja eingeben. Also das erste, was wir haben, ist ein O. Das zweite ist ein C. Dann haben wir diese Welle, das ist ein O. Da steht auch Safe Occult. Ein L und ein I. Okuli? Okuli? Okuli. War es richtig? Holy shit. Ist das da ein Leichensack? Das ist kein Pock. Freunde, wir nehmen das Pock zurück. 100 Dollar. Wir haben 6 Komma. Junge, wie viele Zuschauer wir haben. Halleluja. Wir wurden einfach gerade geradet von Monte. Danke, Bruder. Ähm. Go to drawing. Was haben wir da wildes auf der Tür? Ich will erstmal überhaupt nichts zu tun haben mit dieser Leiche, die da rumliegt. Ok. W-w-w-w- Ja? 1, 2, ok, Punkte. Kann einer kurz davon einen kurzen Screenie machen? Tristate. Kuss. Ok. In der Mathe-Klasse hast du sowas schon mal gesehen. Write each row column and both diagonals and both diagonals have the same sum. Das heißt, insgesamt muss alles immer 15 sein. Das heißt, wir wissen, dass, äh, 3 plus, dass, da, da, Bro, was weiß ich denn? 1 Punkt gleich 3. Warte, was muss denn die Höchstsumme immer sein? Da 15. Da kommt 3 drauf, 2 über, 15. Ok. Dann haben wir 2 Punkte sind 9 plus 6 und 3 Punkte sind 6 plus, äh, 9. Ja. Ok. Also, das wissen wir jetzt. Jetzt gehen wir zu Go to Locker. I guess. Weil ich denke, da müssen wir einen Code eingeben. Und den wüssten wir jetzt ja wahrscheinlich. I guess 3 6 9 Ey, wenn das jetzt funktioniert, ich würde mich so schlau fühlen. Mama, you got a fucking genius in your jeans. Äh, in den Jeans? In den Genen? Ich, ne. Take Saw. Es ist actually Saw. Freunde, wir werden jetzt einfach irgendwen aufsägen. Der Wahnsinn. Go to War das Body oder was war das? Go to Body. Hell yeah. Jetzt sägen wir es Sollen wir jetzt seine Arme absägen oder was? Was sollen wir hier tun? Ich meine, da ist Claire die ne Hand, aber... Sawhand! Das macht er nicht wirklich. Huh? Holy shit! Ich hab grad live gesehen, wie jemand die Arme abgehackt wurde. Pock. Ähm, use, use Sawhand. Sawhand, wie auch immer. Scheiße! Junge! Pock! Pock! Wir werden einfach reich! Werden wir jetzt gleich hier drin nicht sterben. Okay. Och komm, warum denn drei Wege? Das ist doch jetzt schon kacke. Brother man? Where are you looking at? Ow! Wie kann man denn in eine Bärenfalle mit der Hand ver... Oh! Ducken! 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 Sawfinger! Boah, ich wär so ein schlimmer Backseat-Gamer. Kannst du deine Hand mal angucken? 69.420 Dollar! Junge! Damit kann ich ein Jahr lang studieren gehen in Amerika und vielleicht einmal mit dem Krankenwagen abgeholt werden. Ha! Versteckte Gesellschaftskritik. Irre, oder? Okay. Yo! Warum werden alle gebannt? Hä? Warum bin ich der Einzige, der noch zuschaut? Yo! Was soll das? Oh. Ähm. Ich muss los. Ruder? Sorry. Viewer? Äh. Leute? Was ist hier los? Die haben... Watch them suffer! Nee! Jungs! Pock! Äh, No Pock! Very Uff! Heilige Scheiße! Go to light! Also, ich bin auch live manchmal. Auf twitch.tv slash brain. Lass mal ein Follow da. Okay, wir gehen in den Himmel. Was ein unfassbar geiles Game. Was eine geniale Idee. Das war ja... Banger Song. hoff. Und wer... Wait. Wie.